Einen wunderschönen Mittag. Seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen zum Oktober-Mittagssalon unserer Akademie. Sie wissen, erst gibt es, wie sich das für eine Akademie gehört, die geistige Nahrung und dann laden wir Sie zum Essen ein. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass es uns gelungen ist, Herfried Münkler zu gewinnen. Er gehört im Grunde in dieses Haus, denn er ist ein Gründungsmitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Wir sind ja eine der ganz wenigen Einrichtungen, die gleichzeitig über 300 Jahre und noch nicht ganz 30 Jahre sind. In der Antike nannte man das das Pur-Senex-Ideal, gleichzeitig noch nicht der Pubertät entwachsen und schon im veritablen Greisenalter. Und jedenfalls für den Teil der Akademie, die noch nicht ganz ihrer Pubertät entwachsen ist, gehört Herfried Münkler zu den ganz zentralen Gestalten. Er hat hier Akademievorhaben betreut und interdisziplinäre Arbeitsgruppen, die selbst, wenn sie beendet sind, immer noch eine große Rolle spielen. Vor kurzem hat mich jemand angerufen und gefragt, da müssen wir nachher beim Essen drüber reden, sollte nicht Gemeinwohl und Gemeinsinn wieder neu aufgelegt werden. Auch die Eliten interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die Herfried Münkler gemacht hat, lange bevor das so ein Modethema wurde, was jeder machte. Natürlich Marx-Engels, ich könnte jetzt ganz viel reden, aber Sie wollen ja nicht Christoph Marx schieß über Herfried Münkler hören, sondern Sie wollen Herfried Münkler hören. Eine Sache, Herr Münkler, muss ich aber noch sagen. Ich habe Sie kennengelernt, da kannten wir uns noch gar nicht durch Lektüre Ihrer Machiavell-Arbeit und die ist für mich nach wie vor das zentrale Referenzwerk. Und als ich nach Berlin kam, dachte ich, der Münkler ist eigentlich Renaissance-Forscher. Und dann habe ich festgestellt, nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Der Münkler kann genauso zum 30-jährigen Krieg forschen. Der Münkler betreibt Ideengeschichte in einer Spannbreite, weil auch die Antike vorkommt und wie Sie ja gleich sehen werden, die unmittelbare Gegenwart, wie glaube ich nicht sehr viele des Faches. Und das ist jetzt meine Interpretation. Ich hoffe, Herr Münkler widerspricht nicht, wenn er gleich das Wort nimmt. Ich finde, das charakteristische Profil wird auch durch die L'endurée ihrer Studien mitgeformt. Also bestimmte Kurzatmigkeiten, die das Fach gelegentlich vielleicht auch haben kann, kommen da einfach nicht vor. Heute spricht Herr Fried Münkler vermutlich wieder mit einer L'endurée. Er hat über unterschiedliche Formen von Kriegen, den Wandel der Kriegsvorstellungen gearbeitet. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es mindestens auch zwei starke Münkler Frauen gibt. Mit seiner Frau hat er immer wieder gemeinsam publiziert, auch nicht nur zu Renaissance, sondern zu unmittelbarer Gegenwart und Zukunftsorientierung. Aber Sie merken, ich bin begeistert von Herr Fried Münkler, nur das sind Sie alle auch, sonst wären Sie gar nicht hier. Und wir freuen uns jetzt auf seinen Vortrag. Bitte, das ist Ihr Podest. Vielen Dank für die Einladung hierher in diesem für mich ganz neuen Format. Akademie gewissermaßen sich öffnend in die Berliner Gesellschaft hinein, finde ich sehr gut. Deswegen habe ich auch, sobald ich wieder in Berlin war, mal ein Jahr in München, zugesagt. Der erste Teil dessen, was ich Ihnen vortragen möchte, ist, wer nur auf die Ukraine schaut, sieht zu wenig, was den Raum anbetrifft. Wenn Sie sich den vorstellen, dann haben wir eigentlich in der Mitte dieses Krisenraumes das Schwarze Meer. Nördlich davon die Ukraine, östlich davon den Kaukasus, in dem es ja auch in den letzten Monaten und Wochen zu Kriegen gekommen ist und von dem sich gewissermaßen vom ersten und zweiten Tschetschenienkrieg über den Georgienkrieg von 2008 eine Spur der Gewalt zieht. Probleme zwischen Aserbaidschan und Armenien sind ungelöst. Und südlich des Schwarzen Meeres haben wir die Türkei, der man sagen kann, die ist eigentlich seit vielen Jahrzehnten in einem notorischen Krieg gegen die Kurden. Der zurückreicht bis in den Friedensvertrag von Sèvres, das ist der Pariser Vorortvertrag, der zwischen mit der Türkei oder dem Osmanischen Reich noch geschlossen wurde von 1919, der sah einen Kurdenstaat vor. Aber Mustafa Kemal hat sich geweigert, das zu akzeptieren und hat sozusagen verhindert, dass ein Kurdenstaat entsteht. Die Franzosen hatten damals Truppen in Nordsyrien stehen, die hätten die einsetzen können, um die Bestimmungen der Pariser Friedensordnung durchzusetzen. Das haben sie aber natürlich nach diesem Krieg und den ungeheuren Verlusten, französischen Verluste sind ja relativ größer gewesen im Ersten Weltkrieg als die Deutschen. Da sind von 1000 mobilisierten Männern 184 gefallen, in Deutschland nur 153, nur in Anführungszeichen natürlich. Da hatten sie keine Lust sozusagen das durchzusetzen und deswegen gab es keinen Friedensvertrag und keinen Kurdenstaat. Im Friedensvertrag von Lausanne von 1923 ist das auch verschwunden. Aber die Kurden sind natürlich nicht damit einverstanden. Insofern haben wir in der Türkei diesen Krieg auch laufend, untergründig, mal hochkommend, mal wieder verschwindend. Wir haben eine neo-osmanische Politik von Erdogan oder der AKP, also eine Politik, die sich nicht an den bestehenden Grenzen nur orientiert, sondern von der Erinnerung getragen ist. Wir waren mal etwas, nämlich das Osmanische Reich, dementsprechend seine Interventionen in Nordsyrien und im Nordirak. Darin ist er sozusagen der kleine Bruder von Putin, der ja auch so eine Erinnerung hat, was man bis 1991 oder wenn er an Katharina die Große zurückdenkt, die ja diesen Raum betrifft, also eigentlich im Zarenreich einmal als Macht gewesen ist. Kurzum, im Norden wie im Süden des Schwarzen Meeres spielen, ich nenne das imperiale Phantomschmerzen, also die Erinnerung an einstige Räume, eine zentrale Rolle. Und dann könnte man sagen, aber im Westen. Aber wenn wir hinschauen, dann stellen wir fest, da schließt sich der Balkan an, der ja in den 90er Jahren durch die jugoslawischen Zerfallskriege entsprechend umgewälzt worden ist. Und indem die Europäer mit etwas Militär, etwas Polizei, ein paar Verwaltungsbeamten und relativ viel Geld und fünftens der Aussicht oder dem Versprechen, wenn ihr die Finger von der Kalaschnikow lasst, dann dürft ihr irgendwann mal in die EU eintreten, diesen Raum prekär stillgestellt haben. Aber das ist keine verlässliche Situation und die Vorgänge der letzten Wochen zwischen Serbien und Kosovo, auch das Agieren von Dodek in der Republika Serbska zeigen, dass hier jederzeit ein Konflikt wieder aufbrechen kann. Wenn sie also diesen Raum, Geopolitik, die wir ja jetzt doch wieder in zunehmendem Maße zu bedenken genötigt sind, sucht gewissermaßen geografische Räume ab unter dem Gesichtspunkt, wo sich Konflikte mehren oder überlappen und deswegen eine erhöhte Kriegswahrscheinlichkeit besteht. Wenn sie sich diesen Raum vor Augen führen, dann kann man sagen, das ist so etwas wie ein Balken mit der Basis Kaukasus, der nach Europa reinragt und tendenziell bis Bosnien-Herzegowina oder vielleicht auch weiter geht. Und da ich ja auch über die Folgen dieses Krieges für Europa zu sprechen habe, kann man sagen, dieser Balken mit einer Entfernung von mehr als tausend Kilometern wird die Europäer auf Jahrzehnte hinaus beschäftigen. Betrachtet man den historisch und nicht nur geografisch, wie ich das eben eher getan habe, dann kann man sagen, er ist eine Hinterlassenschaft des Ersten Weltkrieges, denn er umfasst Räume, die bis dahin von multinationalen, multikonfessionellen und multilingualen Großreichen, also dem Reich der russischen Zaren, dem Reich der osmanischen Sultane und der Donaumonarchie nicht besonders gut, aber doch tendenziell nach innen pazifizierend bewirtschaftet worden ist und aus dem es nicht gelungen ist, so etwas wie stabile Nationalstaaten zu bilden. Sozusagen die leninsche Lösung dafür, 1922 wird Sowjetrussland, wie es bis dahin heißt, in UDSSR, Union der sozialistischen Sowjetrepubliken umbenannt, ist in gewisser Hinsicht der Versuch, das Multinationale, das Multikonfessionelle hat weniger interessiert, aber auch das Multilinguale in einem Raum zusammenzufassen und der Zerfall der Sowjetunion hat hier einen Raum geschaffen, ganz zweifellos, der Probleme hat. Wie man die beurteilt, das ist dann eine andere Frage, da kommen wir noch dazu. Und das gilt in mancher Hinsicht auch natürlich für den Raum des Osmanischen Reiches und erst recht für die Donaumonarchie, wo man sagen kann, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, wie das ursprünglich hieß und dann Jugoslawien genannt wurde, ist auch ein Versuch gewissermaßen überschreitend zu organisieren, nationale, ethnische, konfessionelle und sprachliche Unterschiede. Und der Zerfall beider Gebilde nach 1990, 91 hat eine Fülle von Problemen aufgeworfen, die virulent sind. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück unter dem Begriff der Revisionistischen Mächte. Das ist interessant, dass nicht eigentlich der Zweite Weltkrieg, den wir normalerweise auf dem Schirm haben, sondern der Erste Weltkrieg und die Probleme der Pariser Friedensordnung hier die Gegenwart bestimmen und es in 100 Jahren nicht gelungen ist, dieses Problem aufzulösen. Das hat seine guten Gründe. Die Siedlungsweise dort ist nicht so, dass man sagen kann, man kann das, was eine Nation vielleicht sein könnte in lingualer Hinsicht, mit dem Staat zur Deckung bringen. Nach dem Friedensvertrag von Trianon, das ist der mit Ungarn, leben bis heute 40 Prozent derer, die sich Ungarn nennen, außerhalb des Gebiets des ungarischen Staates. Deswegen haben die Ungarn 1920 auch einen Krieg gegen Rumänien geführt, den sie allerdings krachend verloren haben. Aber auch die Polen haben in der Zwischenkriegszeit, also 1919 bis 1939, mindestens vier Kriege gegen Sowjetrussland geführt, in denen es wesentlich darum ging, wem gehört die Westukraine? Wird die polnisch oder wird die russisch oder sowjetisch? Und nachdem Marshal Torašewskys Durchstoß auf Warschau gescheitert war und das Wunder an der Weichsel, als französische Offiziere waren, die die polnischen Truppen kommandiert haben, war dann Ruhe. Aber im Hitler-Stalin-Pakt wurde das Ganze ja nochmal aufgeschnürt und dann war die Westukraine mit der polnischen Teilung sowjetisch. Aber die eigentliche Katastrophe dieses Raums war 22, 23, also ziemlich genau vor 100 Jahren, nämlich der Krieg zwischen den Griechen und den Türken, um die Frage, ja sozusagen, wem gehört Smyrna oder wer kontrolliert die Küste im Kleinasien zur Ägäis? Griechen hatten die Vorstellung, so etwas wie ein Großgriechenland zu errichten, nicht? So wie die Polen, die Vorstellung hatten, ein Großpolen, also orientiert an dem polnisch-litauischen Reich, des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, die Griechen, die Vorstellung, ach eigentlich wäre es ja jetzt wieder angezeigt, den Raum, den Byzans beherrscht hat, vielleicht nicht, den ganzen Raum, aber doch Teile, als Großgriechenland zu etablieren, also sozusagen die kleine asiatische Westküste und große Teile des Schwarzen Meeres, das geht schief und dann kommt es zu diesen gewaltigen Bevölkerungsvertreibungen, 300.000 Trager, die in die Türkei vertrieben werden, 23, 1,5 Millionen Griechen, die aus der Türkei nach Griechenland umgesiedelt werden und die Konflikte sind ja nach wie vor da, stillgestellt dadurch, dass beide Mitglied der NATO sind, aber die Rempeleien um die Erdgasfelder in der Ägäis haben uns ja auch in den letzten Monaten beschäftigt. Keine Frage, das ist ein Raum, der wird die Europäer sehr viel Geld kosten, wenn sie denn versuchen weiterhin ihrer Strategie zu folgen, Räume zu pazifizieren durch Wohlstandstransfer. Das ist die Verknüpfung zum zweiten Punkt, den ich vortragen möchte, revisionistische Mächte. Revisionistische Mächte sind dadurch definiert, dass sie nicht einverstanden sind mit der bestehenden Ordnung, vor allen Dingen mit ihren Grenzzähungen und die revidieren wollen. Man kann umgekehrt sagen, die Kunst des Schaffens von Friedensordnungen besteht darin, eine Friedensordnung herzustellen, die keine revisionistische Macht hat. Das würde ich mal meinen, ist eigentlich nur 1648 in Münster und Osnabrück gelungen und vielleicht 1815 im Wiener Kongress. Das ist sozusagen der ewige Ruhm der österreichischen Diplomaten. Denn derjenige, der in vier Jahren Verhandlungen die westfälische Ordnung, die westfälische Friedenschaft, der Graf Trautmannsdorf, der hat das ziemlich genau begriffen, was die Probleme sind und die alle nacheinander verhandeln lassen, sodass also am Schluss kein Akteur da war, der gesagt hat, unter allen Umständen muss diese Ordnung umgeworfen werden und um sie zu stabilisieren, haben sie dann auch noch einen achten Kurfürstenhut geschaffen und so weiter und so weiter. Und man kann natürlich sagen, der Metternich ist gar kein Österreicher, sondern aus dem Rheingebiet, aber wir wollen mal großzügig sein und denen den Wienern zurechnen, der so etwas im Wiener Kongress hinbekommen hat. Aber danach gab es das eigentlich nicht mehr. Im Frankfurter Frieden von 1871 war klar, Frankreich ist eine revisionistische Macht. In der Pariser Friedensordnung von 1919 war klar, nicht nur Deutschland ist eine revisionistische Macht, sondern auch Sowjetrussland ist eine revisionistische Macht, weil ihm ja auch erhebliche Teile weggenommen worden waren durch die Schaffung dieser kleinen Entente, die vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer, also von den baltischen Staaten bis nach Rumänien geht. Und auch Italien ist eine revisionistische Macht, wie wohl es auf der Siegerbank saß, aber Vittoria Mutilata, also der beschädigte Sieg, sozusagen war ja das die Kohle, die Mussolini heiß machen konnte, um an die Macht zu gelangen. Vielleicht hat man deswegen nach 1945 das bei Yalta und Potsdam belassen und gesagt, das ist halber gut genug und wir lassen das und wir machen keinen Friedensvertrag. Und das Ganze dann 1990 auch nicht wieder aufgeschnürt, wie wohl es ja da bestimmte Forderungen gegeben hat, in der Vorstellung, der Versuch, einen Friedensvertrag herzustellen, wird zwangsläufig dazu führen, dass revisionistische Mächte entstehen. Nun sind aber, ohne dass es einen Friedensvertrag gegeben hat, mit dem Zerfall der Sowjetunion, eine revisionistische Macht, entstanden. Eigentlich war 1991, 31. Dezember klar, dass Russland ein revisionistischer Akteur sein wird. Das wusste es nur noch nicht. Dazu brauchte es vielleicht der berühmten Rede von Putin, in der er gesagt hat, der Zerfall der UdSSR sei die größte geopolitische Katastrophe. Aber von dem Zeitpunkt an war klar, sozusagen, da hat er die Karten auf den Tisch gelegt. Wir sind an Revisionen interessiert. Die Türkei ist inzwischen, jedenfalls mit der AKP und ihrem neo-osmanischen Kurs, seit 15 Jahren ungefähr, eine revisionistische Akteur und, wie Sie genau hinschauen, Serbien. Natürlich. Es ist der Verlierer der jugoslawischen Zerfallskriege. Fühlt sich jedenfalls so und möchte da auch noch einiges ändern. Stellt sich also die Frage, wie pazifiziert man revisionistische Mächte? Die erste Lösung, also die erste Lösung ist sicher jetzt nicht historisch, sondern systematisch, ist Wohlstandstransfer. Man bindet sie in eine Wirtschaft ein, die floriert, prosperiert, in der es den Leuten gut geht, sodass gewissermaßen die Erinnerung an die Vergangenheit, also diese Ressentiments, einst waren wir groß, jetzt sind wir klein, keiner sagt sie zu uns oder so etwas, dass die zunehmend verschwinden und man den gegenwärtigen Wohlstand höher schätzt, als die historisierenden Narrative, die von Putin beispielsweise in geschichtskletternder Weise ins Spiel gebracht worden sind. Dass die Deutschen so ein Projekt gut finden, ist nachvollziehbar. Denn in gewisser Hinsicht kann man sagen, vor allen Dingen die alte Bundesrepublik ist genau in dieser Schiene gefahren. Also als ich klein war, da wurde noch sozusagen gelegentlich demonstriert unter dem Ruf, oh der Neiße, die Grenze ist scheiße, glaube ich, so hieß das. Aber sozusagen das veränderte sich zunehmend und die Willi-Wahlen von 72, schon 69 waren ein Zeichen dafür, dass der Revisionismus sich zunehmend folklorisiert. Also dass sozusagen die verschiedenen Landsmannschaften da in ihren Trachten sich treffen und dicke Backenmusik hören und derlei mehr, aber dass das sozusagen kein wirklicher politischer Appell zur gegebenenfalls auch militärischen Änderung der Grenzen ist. Und so haben wir uns auch dann mit der Anerkennung der deutschen Grenze zu Polen in diesen Verhältnissen eingerichtet und wohlgefühlt. Man muss sich nur vorstellen, vielleicht lieben deswegen die Rechten den Putin auch so, ähnliche Narrative wie die seien, was da eigentlich alles zu Russland gehört, würden in Deutschland oder auch sonst in Europa wieder aufkommen. Dann würde ja alles zur Debatte stehen. Dann würden wir noch mal reden über Straßburg und natürlich Ost- und Westpreußen, Hinterpommern, die verschiedenen Schleschens und derlei mehr. Man kann eigentlich sagen, die europäische Ordnung von der Montanunion bis heute ist, was nicht nur die Deutschen betrifft, ein Projekt der Pazifizierung von Räumen durch Wohlstand, auch durch Wohlstandstransfer. Die Osterweiterung, die ja keine leichte Entscheidung war, weil klar war, man holt sich dann nur einen Satz von Nettoempfängerstaaten rein und potenziellen Veto-Spielern, ist der Versuch zu verhindern, dass die Zwischenkriegszeit 1919 bis 1939 wiederkehrt. Und es hat einigermaßen geklappt. Wir haben nicht angefangen, wieder über Grenzlinien zu diskutieren. Das also ist das erste Projekt. Ist auch kostengünstig, nicht? Wenn man das gleichzeitig noch mal unterbaut und im Gesichtspunkt, wie schafft man Vertrauen? Wir haben ja im Ernst nicht mehr die Situation, dass man Vertrauen schafft mit den Methoden des Mittelalters und der frühen Neuzeit, indem man die Frauen und Männer der Dynastien miteinander verheiratet, um auf diese Weise zu sagen, wir wollen aber auch keinen Krieg miteinander. Die Komplementärfunktion ist wirtschaftliche Verflechtung. Also war es naheliegend zu sagen, wir versuchen Russland als den entscheidenden revisionistischen Akteur zu pazifizieren, indem wir denen ihre Energieträger und ihre Rohstoffe abkaufen, die für uns günstig sind und viel billiger sind als alternative Stoffe, auch ökologisch verträglicher, weil sie über Pipelines transportiert werden. Und wir verkaufen denen Technologie, das ist sozusagen ein historisch klassischer Transfer, die Russen haben immer Technologie in Westeuropa und gerne in Deutschland gekauft und schaffen auf diese Weise einen Transfer von Wohlstand nach Russland, auf den die Herren im Kreml eigentlich angewiesen sind, weil das die Ressourcen sind, mit denen sie ihre Pensionäre, ihre Staatsbediensteten und ihre Freunde, also korrupte Seite bedienen können. Und hoffen darauf, dass es so gut funktioniert, wie es in Europa und vorher bei den Deutschen funktioniert hat. Das kann man sagen, jetzt vielleicht vereinfacht, das ist der Steinmeier-Plan gewesen, der von Frau Merkel dann auch energisch umgesetzt worden ist. Und als ich das Vergnügen hatte, vor acht Wochen, glaube ich, mich mit ihr im Privatissimum über drei Stunden darüber zu unterhalten, hat sie gesagt, ja, ja, klar, das war unsere Vorstellung. Das Problem ist dabei aber, man braucht auf der Gegenseite einen Homo economicus, einen, der kalkülrational an die Dinge herangeht. Und er sagt, ja, was verliere ich eigentlich, wenn ich ein solches Projekt aufgebe? Und was gewinne ich, wenn ich es weiterführe? Und er nicht denkt, weil ihn die Ressentiments der imperialen Phantomschmerzen beschäftigen. Ach, ist mir doch egal. Ich mache jetzt mein großes Ding. Das war das eine Problem dieser Form der Einbindung eines Revisionisten. Das andere, die Trickle-Down-Effekte, also sozusagen das Durchsickern von Wohlstandstransfer bis zu der einfachen Bevölkerung, waren in Russland blockiert, weil relativ viel bei den Oligarchen ankam. Das hat uns im Westen nicht so furchtbar geärgert, weil, naja, die haben ja dann hier ihre Yachten bauen lassen. Das hat Arbeitsplätze geschaffen. Die haben vielleicht auch alle möglichen Villen im Oberbayern oder im Alpenvorland gekauft. Das war vielleicht für andere unangenehm, weil die Preise dann hochgetrieben worden sind. Aber das hat mich nicht berührt. Geärgert hat mich nur, dass sie den Bordeaux-Preis ruiniert haben. Ja, das hat mich dann selber betroffen. Aber ansonsten konnte man sagen, ja, ja, ist doch eigentlich ganz gut. In den entsprechenden Straßen in Dresden habe ich mich immer gefragt, warum so viele Uhrengeschäfte drin sind, in denen man kaum Menschen sieht. Aber die haben dann da für 20.000 Euro auf ihrer Pilgerfahrt zu Putins Tätigkeitsbereich Uhren gekauft. Ja, okay, haben auch einige davon profitiert. Aber die Voraussetzung, dass gewissermaßen die Bevölkerung Voice, also Stimme erhebt, weil gewissermaßen ihr Wohlstand in Frage kommt, wenn der Herr im Kreml da Krieg beginnt, die waren dadurch nicht gegeben. Die Wohlstandseffekte waren in großen Teilen der Bevölkerung nicht angekommen. Na gut. Zweite Option, einen revisionistischen Akteur einzubinden, ist klassisch Appeasement. Man kommt ihm entgegen, fragt ihn, was willst du denn geändert haben? Okay, so viel können wir vielleicht nicht ändern, aber davon ein bisschen was und macht dann mit ihm entsprechende Geschäfte. Nun hat Appeasement wegen 38 München keinen guten Ruf. Klar. Aber guckt man hin, ist auch nach 38 eigentlich Appeasement nicht außer Gebrauch gekommen. Der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten beruht auf einem solchen Appeasement, nämlich wir geben euch den Sinai zurück und ihr unterschreibt den Friedensvertrag. Und so ähnlich hat man sich das mit den Palästinensern ja auch vorgestellt. Land gegen Frieden hat halt nur nicht geklappt mit den Palästinensern. Und als ich, wie gesagt, weil ich mir das schon aufgeschrieben hatte und überlegt habe, Frau Merkel mich traf, habe ich gesagt, na, also ein bisschen Appeasement war ja im Minsker Abkommen auch drin. Sozusagen, wenn ich das richtig mir angucke, wir thematisieren die Krim nicht, machen da keinen großen Krawall drum. Wir anerkennen sozusagen die Annexion auch völkerrechtlich nicht, aber wir dethematisieren das Problem. Dafür, dass ihr in den Separatisten gebeten für Ruhe sorgt und dass da sozusagen das zu einem Frozen Conflict wird. Hatte ich gesagt, ja, das ist eine gute Beschreibung. Das stimmt. Appeasement. Aber das hat natürlich dem Putin nicht genügt oder man könnte sagen, wie München 38, es hat eher den Hunger noch hungriger gemacht. Das ist immer das Risiko. Wir können die Seite aber auch umblättern und sagen, mehr, was der Chamberlain 38 in München gewonnen hat, war vor allen Dingen Zeit. Und in dieser Zeit hat er die Produktion von Spitfires in England angekurbelt. Und ohne die Spitfires, die gebaut worden sind, hätte er wahrscheinlich die Luftflacht über England 40 nicht gewonnen. Also sozusagen Zeit, um auf Parabellum bereitet den Krieg vor, umzustellen. Und in gewisser Hinsicht kann man auch sagen, diese Zeit hat die Ukraine von 14 bis 22 gehabt und genutzt. Denn das ganz unterschiedliche Agieren der ukrainischen Armee von der Art der Führung, des taktischen Gebrauchs, elektronische Waffensysteme und derlei mehr, ist das Ergebnis ihres Trainings durch amerikanische Sicherheitsfirmen. Also sozusagen gar nicht zunächst einmal die große Frage der schweren Waffen, die geliefert werden, sondern des Gebrauchs von elektronisch gesteuerten, relativ kleinen Waffensystemen zur Bekämpfung von gepanzerten Fahrzeugen. Und auf dieser Grundlage haben sie die Schlacht um Kiew in der ersten Phase des Krieges gewinnen können. Also Zeitgewinn, Appeasement. Die dritte Form, mit einem revisionistischen Akteur umzugehen, ist Deterrence, also Abschreckung. Aufbau eigener militärischer Fähigkeiten in hohem Maße, damit dem Revisionisten klar ist, wenn du versuchst, deine Ziele umzusetzen, wirst du einen höheren Preis zahlen, als du im günstigsten Fall an Einnahmen einstreichst. Das ist gewissermaßen die Logik, die dahinter steht, um ihm klarzumachen, lass lieber die Finger davon, es wird dir nichts bringen. Das ist aber unangenehm für diejenigen, die eine solche Politik der Abschreckung betreiben, denn wenn sie vom Wohlstandstransfer selber auch profitieren können, siehe sozusagen ökonomische Verflechtung der russischen und der europäischen Wirtschaftskreisläufe, kostet Abschreckung eigentlich nur. Also sozusagen der Aufbau entsprechender Fähigkeiten, vor allen Dingen schwere Infanterie, also sprich Panzergrenadiere, Panzereinheiten, das ist richtig teuer. Und die Frage ist dann, was hat man eigentlich davon? Der Revisionist agiert ja noch gar nicht zunächst revisionistisch. Das kostet eigentlich nur Geld. Sozusagen verhindert die Möglichkeit, Friedensdividende zu konsumieren. Also gibt es gerade in Demokratien keine große Neigung, viel in Abschreckung zu investieren. Sie erinnern sich vielleicht an die Debatten um das 2%-Kriterium, also 2% vom Bruttoinlandsprodukt in Militär zu investieren, ja oder nein. Das ist ja eigentlich nicht viel, 2% auf BIP gerechnet. Ist aber doch eine erhebliche Einschränkung der Möglichkeiten eines Landes. Oder anders gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass der Sozialetat der Bundesrepublik weit, weit höher ist als der Militäretat. Abschreckung, oder wenn ich sozusagen an meine Jugend und meine Studentenzeit zurückdenke, da war der Militäretat notorisch höher als der Sozialetat. So, gucken Sie sich das mal jetzt an. Kurzum, in Demokratien ist es ausgesprochen schwierig, auf Abschreckung zu setzen, solange der Revisionist noch nicht sich gezeigt hat und agiert. Deswegen kann man sagen, Scholzens Zeitenwetterrede, vermutlich von Wolfgang Schmidt und Annalena Baerbock initiiert worden ist, ist eine Reaktion darauf, dass in diesem Augenblick sichtbar geworden ist, unser Versuch mit wirtschaftlicher Macht Putin einzubinden ist gescheitert. Appeasement geht nicht mehr. Wir müssen umstellen, nicht? 100 Milliarden für die Bundeswehr und das wird uns auch die ganze Zeit weiter beschäftigen. Es wird dabei natürlich nicht bleiben. ETC. Das heißt, noch eine Folge für die Deutschen und die Europäer, wir werden den Höhepunkt unseres Wohlstandes auf Jahrzehnte überschritten haben. Nicht nur wegen der Entkoppelung des russischen und des europäischen Wirtschaftskreislaufes, sondern auch wegen der Erfordernis, dass die kostengünstigen Lösungen, wirtschaftliche Verflechtung, Appeasement nicht mehr greifen und wir auf die sehr viel teureren militärischen Lösungen zurückgreifen müssen. Ja, das ist nun mal so. Und da kann keiner etwas dran ändern, der sagt, aber Frieden jetzt. Oder der sagt, aber Verhandlungen sollen geführt werden. Denn das Problem, also Sie wissen ja, ich bin Politikwissenschaftler und denke nicht nur in narrativen Dimensionen, was ich eben eher gemacht habe, sondern auch gelegentlich in Modellen. Das Problem ist, wie bringt man zwei Akteure dazu zu verhandeln, die beide ihre Ziele haben. Hätte ich jetzt mehr Zeit, könnte ich das anhand von Klausewitz diskutieren. Der Zweck des Krieges, die Ziele des Krieges, der Zweck ist, was wir mit dem Krieg erreichen wollen, die Ziele sind, was wir in dem Krieg erreichen wollen. Und dann kann man sich das genau anschauen. Und dann kann man sehen, der Angreifer, also Russland, hat zunächst einmal die weitergehenden Ziele. Und er hat einen zentralen Zweck, nämlich die Ausschaltung eines Akteurs, der Ukraine heißt. Um den an den Verhandlungstisch zu bringen, muss man ihm klar machen, dass er eigentlich diese Ziele nicht erreichen kann. Oder dass die Erreichung dieser Ziele so teuer ist und so desaströs für ihn, dass er möglicherweise als politischer Akteur darüber stürzt, oder was weiß ich, was mit ihm passiert. Das heißt, das geht letzten Endes nur über die Stärkung der ukrainischen Durchhaltefähigkeit. Sei das die Lieferung von Waffen, sei das, was letzten Endes mindestens genauso wichtig ist, die Garantie der Zahlungsfähigkeit des ukrainischen Staates, der sonst pleite wäre. Wenn der Westen das nicht übernehmen würde. Gut. Da unter diesen Voraussetzungen, dass also die russische Armee sich einige Niederlagen einfängt, kann man davon ausgehen, dass sie irgendwann bereit sind zu verhandeln. Welcher Grundlage auch immer, komme ich gleich darauf zurück. Aber wie kann man die Ukraine dazu bringen, jetzt ihrerseits zu verhandeln, wenn ein Teil des Landes ihr noch abgenommen ist, sie aber gleichzeitig inzwischen, so seit drei, vier Wochen, offenbar sehr erfolgreich operiert und im Rahmen der gegenoffensive Gelände zurückgewinnt. Und die Frage ist sozusagen, wie viel Gelände wollen wir als Beobachter, aber auch gleichzeitig Unterstützer der Ukraine, das See zurückgewinnt. Würde man sagen, die Deutschen, die Franzosen sagen, wie der Herstellung des Status Quo vom 22. Februar diesen Jahres. Also nicht Krim und nicht die kleinen Gebiete Donetsk und Luhansk. Die englische Position, die britische Position ist ein bisschen anders. Die ist eigentlich wie der Herstellung der Ukraine in ihren Grenzen, in denen sie 1991 entstanden ist. Das hat zu tun mit dem Budapester Memorandum, das ja dafür, dass die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat, auch die Trägersysteme, die Unversehrbarkeit der Grenzen sichergestellt hat. Und das ist unterschrieben worden von den Briten, von den Amerikanern, von den Russen und auch von den Ukrainern, Kutschmar damals. Deswegen haben die Briten da eine etwas andere Position als Franzosen und Deutsche. Sie haben ja auch nicht ernstlich dazu was getan, 2014, dass die ersten Veränderungen vorgenommen worden sind. Also die Frage der Unverletzlichkeit der Grenzen haben sie nicht versanktioniert. Ich glaube, die Amerikaner haben eine ganz andere Vorstellung, nämlich die eines lange zu führenden Krieges gegen die Ukraine mit dem Ziel, die Tiefe der russischen Logistik und vor allen Dingen die Breite ihres Offizierskorps aufzuzehren und auf diese Weise sicherzustellen, dass die Russen in den nächsten 15, 20 Jahren nicht mehr in der Lage sind, einen Krieg zu führen. Diesen Ausmaßes. Austin, also der Verteidigungsminister, hat sich in diese Richtung mal geäußert. Es gibt auch Äußerungen von Blinken in diese Richtung. Das heißt also, sozusagen, gar keine Verhandlung. Nun kann man natürlich sagen, das ist gar nicht so schlecht, wenn die Russen erfahren, dass das die amerikanischen Ziele sind, weil das dann ein Einschwenken auf die Zielsetzungen der Deutschen und Franzosen wahrscheinlicher macht. Denn wenn die noch irgendeine Kalkülrationalität im Kreml besitzen, ist ihnen klar, dass das eine für sie katastrophale Entwicklung ist, wenn sie diesen Krieg nicht bald beenden, sondern sozusagen die Tiefe ihrer Logistik und die Tiefe ihrer Personalbestände verlieren werden. Nun denn, schwer zu sagen, wie das ausgeht. Aber eins ist klar. Die ukrainische Regierung wird sich auf Friedensverhandlungen nur dann einlassen oder auf Verhandlungen über einen stabilen Waffenstillstand, wenn die Europäer Sicherheitsgarantien übernehmen. Ohne NATO-Beitritt. NATO-Beitritt ist das eine. Aber sozusagen subsidiär zum NATO-Beitritt Sicherheitsgarantien. Das müssen die Freunde des Friedens wissen, die sagen Verhandlungen jetzt. Wenn Sicherheitsgarantien heißt, beim nächsten Angriff sind auch wir Kriegspartei. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Jetzt habe ich das so durchgegangen, jetzt will ich doch ganz kurz noch die Konsequenzen für die Welt daraus ableiten. Wenn man nun sagt, naja, das ist ja alles jetzt zunächst mal nur europäisch und da gibt es ja noch ganz viele andere Probleme und derlei mehr, kann man doch sagen, das Konzept, einen Frieden zu schaffen, sagen wir mal mit immer weniger Waffen, also auf der Grundlage von wirtschaftlicher Verflechtung, Globalisierung und derlei mehr, ist nicht nur gegenüber Putin ins Gerede gekommen oder sagen wir mal krachend gescheitert, sondern der Traum, eine weitgehend juridifizierte Weltordnung durchzusetzen, in der Krieg abgelöst wird durch Schiedsgerichte, deren Sprüche akzeptiert werden und eigentlich überflüssig wird durch wirtschaftliche Verflechtung und die damit verbundene Drohung der wirtschaftlichen Sanktionen, die ja auch sozusagen substitutiv für Kriegführung stehen. Dieses Konzept ist gescheitert. Das ist vielleicht nicht erst am 23. oder 24. Februar gescheitert, sondern vermutlich schon mit dem Rückzug aus Afghanistan, dem Aufgeben eines Konzepts der Transformation. der Westen sagt, naja, auf Dauer wird uns das zu teuer. Oder unsere Form des Wohlstandstransfers scheitert an der Versiegelung der Mentalität eines großen Teils der Bevölkerung durch eine Religion. Also das wäre sozusagen die Funktion des Islam, gewissermaßen andere Werte zu setzen als die Mehrung des Wohlstandes. Das ist eigentlich dann das Aufgeben eines globalen, universellen Konzepts. Zu teuer, zu anstrengend. Der Hüter, sprich vor allen Dingen die USA, ist überfordert. Wenn wir genauer hinschauen, kann man sagen, Donald Trumps Formel America first ist schon die Verabschiedung aus der Rolle des Hüters dieser Ordnung. Könnte man sagen, okay, war ja auch nie so gedacht, dass der das machen sollte. Sollte ja die UN machen. Aber die UN ist halt nur so stark, wie ihre Mitgliedsländer bereit sind, dem Generalsekretär Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Und das war immer sehr eingeschränkt. Generalsekretär hat ja keine Stand-by-Forces, die er einsetzen kann, sondern muss zur WEU gehen oder muss zu den Amis gehen oder muss feststellen, dass Länder, die überdimensionierte Armeen haben, die aber keine Kampfkraft besitzen, ihm gerne Truppen zur Verfügung stellen, die dann mit blau gestrichenen Helmen rumlaufen, aber das Problem eher vergrößern, als es lösen. Also, es gibt keinen Hüter der Weltordnung. Und deswegen wird es auch nicht möglich sein, eine normativ hochrangige Weltordnung durchzusetzen, denn die ist angewiesen auf einen Hüter. Alternative dazu ist, Rückkehr quasi zu physikalischen Modellen, also Gleichgewicht, Übergewicht und derlei mehr. Und das ist jetzt die abschließende Prognose. Es werden fünf Akteure sein. Fünf ist in der Geschichte der internationalen Systeme eigentlich die Zahl, die dann immer auftaucht. Wenn es nicht unipolar oder bipolar ist, dann wird es sozusagen multipolar, aber es sind immer fünf. Warum das so ist, kann man auch erklären. Spieltheoretisch wird zu weit führen. Also die Italiener haben das erstmals gemacht nach dem 15. Jahrhundert im Frieden von Lodi, als es auch fünf waren, vor der westfälischen Ordnung, nach dem Friedensschluss von Münster und Osnabrück, sind es fünf, in der ersten Runde der Kaiser in Wien, Spanien, Frankreich, England, Schweden. Schweden nur als Militärmacht. So, nach Polter war es die Geschichte vorbei, tritt an die Stelle Schwedens Preußen. So ähnlich. Nicht besonders ökonomisch attraktiv, aber militärisch mit einem ausgezeichneten Offizierskorps der Fünfte. Und Spanien scheidet aus, weil sie sich mit anderen Fragen beschäftigen und nicht in der europäischen Politik mehr mitspielen und werden ersetzt durch Russland. Sind es wieder fünf. Russland seit Peter dem Großen. Und so waren es eigentlich immer fünf. Und diese fünf, die finden Sie auch im Sicherheitsrat, in den Veto-Mitgliedern. Und die sind auch sehr bedacht darauf, dass es nicht sechs werden, weil das natürlich sozusagen ihre Position mindern würde oder sieben oder wie viel auch immer. Und wer wird das sein? Vermutlich, also ziemlicher Sicherheit, die USA und China auf einer Ebene. Das heißt, wir können uns abschminken, diese Vorstellung, amerikanisches Zeitalter geht zu Ende, chinesisches Zeitalter beginnt, Staffelholzübergabe, so wie einstens von London nach Washington oder New York, sondern sozusagen die beiden. Daneben als Juniorpartner der Chinesen vermutlich Russland. Nicht aufgrund seiner wirtschaftlichen Fähigkeiten, sondern aufgrund des Umstandes, dass sie mehr als 50 Prozent der weltweiten Atomwaffen haben und die Trägersysteme. Und auch aufgrund der geografischen Lage diese nordasiatische Landbrücke. Und auch die Europäer als Juniorpartner der USA, angewiesen auf amerikanischen Schirmen, nur selbstständig, wenn sie eine eigene nukleare Komponente hätten. Das ist aber im Augenblick nicht sichtbar. Sozusagen Forst de Frapp ist nicht ernst zu nehmen. 0,2 Prozent der globalen Sprengköpfe. Das ist sozusagen für den Anspruch auf 5 zu wenig. Also das wird eine spannende Frage sein. Werden die Europäer eine eigene nukleare Komponente aufbauen, um nicht mehr so arm dazustehen, wenn der andere die nukleare Eskalationsdominanz hat, wie Falle Putins? Oder aber werden sie das lassen? Und vor allen Dingen werden sie es schaffen, von einem Regelbewirtschaftler zu einem politisch handlungsfähigen Akteur zu werden. Ich kann sagen, die von der Leyen-Kommission geht die ersten Schritte in diese Richtung. Aber es ist mühselig. Und vermutlich funktioniert das sowieso nur, indem innerhalb dieses Europas, das ja ein Kreis aus Kreisen oder eine Ellipse aus Ellipsen ist, es noch einmal sozusagen einen eigenen Kreis der außenpolitisch handlungsfähigen Akteure gibt. Berlin, Paris, Madrid, Rom, muss man mal schauen, die sind zurzeit ja wieder melancholisch. Und noch ein paar andere als die eigentlichen Akteure. Und das wäre dann ein handlungsfähiger Akteur, der nicht mehr an mit den Veto spielen, der Einstimmigkeit und der Leyen mehr blockiert wäre. Aber die Anreize dazu bestehen im Umbau der Weltordnung, nämlich der Frage, spielen die Europäer dabei eine Rolle oder aber nicht. Wenn sie es nicht schaffen, diesen Übergang, spielen sie keine Rolle. Dann tritt eine andere Macht in das System der Fünfe ein. Und der fünfte ist Indien. Und Indien wird die Rolle des Züngleins an der Waage spielen. Das macht es im Augenblick schon. Sozusagen auf der einen Seite sagt, wir sind die größte, jedenfalls zahlenmäßig, Demokratie der Welt, weil dahinter steckt natürlich das hässliche Gesicht des Hindu-Nationalismus. Und gleichzeitig unterstützen sie natürlich nicht die Sanktionen gegen Putin, sondern sozusagen, sie sind nach allen Seiten offen. Und diese Fünfe sind in sich strukturiert. Auf der einen Seite führe ich immer gefährdet, liberale Rechtsstaaten, weiß man nie so genau, wen die Amis noch wählen werden. Und auf der anderen Seite autoritäre Regime, autoritär-autokratisch in Russland, autoritär-technokratisch in China. Da knirscht es auch gelegentlich. Sozusagen keine reine Freundschaft. Und innerhalb dieses Systems werden die Menschheitsaufgaben, die wir zuletzt thematisiert hatten, als etwas, was ganz oben auf der politischen Agenda steht, Klimawandel, Artensterben, Hunger im globalen Süden, Migration, zurücktreten als Menschheitsaufgaben und zur Verhandlungsmasse dieser fünf miteinander werden. So wie die Chinesen das schon gemacht haben. Ja, ja, wir erhöhen unsere Bereitschaft, in Fragen der Klimapolitik mitzugehen, aber nur unter der Bedingung, dass ihr Armees eure Sanktionen aufhebt. Sozusagen Verhandlungsspiele. Wenn euch das so viel wert ist, dann müsst ihr dafür aber auch was zahlen. Das heißt nicht, dass der Umweltschutz oder dem Klimawandel dann es schlechter geht. Das heißt nur, dass sich die Akteure verschieben und die bislang dominierenden NGOs ins zweite Glied zurücktreten. Und vor allen Dingen wird es darauf ankommen, es ist das Thema, das Parag Kanna immer gerne bearbeitet, die zweite Reihe. Frage sozusagen alle diejenigen, die zu den fünfen nicht gehören. Lateinamerika, das gesamte Afrika, Teile Asiens. Diese zweite Reihe. Mit wem gehen die? Und da sehen sie schon, Scholz hat nach Elmau G7 den Inder, den Südafrikaner, den Argentinier und noch ein paar eingeladen, sozusagen, um sie an den Westen heranzuziehen. Lavrov hat bei der UN in New York dagegen gehalten und gesagt, sei selbstverständlich bereit, dass die Russen Schutzgarantien für alle möglichen Länder in aller Welt übernehmen, sodass also gewissermaßen das unruhige Element innerhalb dieses Systems der Fünfen mit ihren 2 zu 2 und Zünglein an der Waage-Konstellation die zweite Reihe sein wird. Mit wem geht Brasilien? Mit wem gehen die Afrikaner? Mit wem gehen die zentralasiatischen Republiken? Und natürlich wird dabei auch die Frage der Einflussgebiete wieder zurückkehren. Die ist ja schon zurückgekehrt, nicht? Seitenstraßenstrategie ist Einflussgebiet-Schaffung. Die Russen können das, nicht, weil sie nicht genug Geld haben, die müssen immer gleich zu militärischen Mitteln greifen, nicht? Sozusagen. Ist aber auch Einflussgebiet-Sicherung. Und das ist etwas, was dann irgendwann die anderen auch tun werden. Das ist alles nicht furchtbar erfreulich, aber es ist unerlässlich, dass man in dieser Situation sich auf das einstellt, womit man zu rechnen hat. Vielen Dank. Zu erster Dank. Dann finde ich, wir nehmen von dem heutigen Mittag das Stichwort neuer Realismus mit, jedenfalls in dieser Akademie, aber in der Form, wie Sie es interpretiert haben. Neuer Realismus könnte ja eine Verbrämung von Stillstand sein. Und mit den sehr klar historisch grundierten Modellen, die Sie vorführen, ist das eine realistische Bewegungsoption. Und das finde ich, wenn wir das unter neuem Realismus verstehen, ist das für die nächsten 30 Jahre der BBAW und für die nächsten 300 Jahre der vormals-preußischen Akademie ein gar nicht schlechtes Programm. Jetzt werde ich aber nicht weiter philosophieren über die nächsten Jahre, sondern Ihnen allen guten Appetit wünschen. Und nochmal, lieber Herr Feldmünckler, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann nicht ausschließen, dass wir Sie bald wieder fragen. Danke. Applaus 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 Applaus